Hallo meine Freunde und herzlich willkommen hier zu Adventskalender Türchen Nummer 15, aber das ist kein richtiges Video, sondern einfach nur ein Infovideo, denn wenn ihr dieses Video seht, bin ich gerade live, kommt auf jeden Fall vorbei im Stream, wir spielen Minecraft PvP, am Ende dann halt noch Survival, ja, warum nicht, ne, was ihr gerade seht ist auch mein Streamoverday, also, ja, nicht wundern, dass die Brille so reflektiert, das ist einfach, weil die ist nicht hinspiegelt, kapper. Ja, aber ich freue mich, wenn ihr auf jeden Fall vorbeikommt, äh, ich sag dann mal, bis denn, bis gleich, und ciao.